In den zweiten Weltkrieg ging Deutschland in einem seltsamen Zustand der Panzerkräfte. Der mittlere Panzer, Panzerkampfwagen III, sollte das Rückgrat der Panzerwaffe bilden, war aber zu der Zeit am geringsten vertreten. Der als Unterstützungspanzer gedachte Panzerkampfwagen IV wurde fast viermal so häufig gebaut. Die Industrie schaffte es erst Ende 1939, die Zahl der beiden Maschinen anzugleichen. Zu der Zeit war bereits der Panzerkampfwagen IV Ausführung D in Produktion. Im Frühjahr 1938 wurde das Schicksal des Panzerkampfwagen IV entschieden. Es wurde überlegt, die Produktion der Maschine einzustellen und stattdessen den Unterstützungspanzer auf Basis des Panzerkampfwagen III zu produzieren. So würde man eine Vereinheitlichung der mittleren Panzer erreichen. Der Gedanke war zwar sehr vernünftig, jedoch erlebte der Panzer III nicht gerade seine besten Zeiten. Die Produktion der Panzer IV lieferbar, zwar mit Problemchen, aber nichts Dramatisches. Auch die bei der Ausschreibung festgesetzte Gewichtsgrenze wurde durch die Konstruktion eingehalten. Der führende Grupp-Ingenieur Erich Wolfert überzeugte das Waffenamt, den Panzerkampfwagen IV weiterhin zu produzieren. Die Forderungen an den Begleitwagen wuchsen weiterhin an. Im Januar 1938 wurden die technischen Daten der vierten Serie des BW diskutiert. Da die Erfahrungen gezeigt haben, dass mit einer Maschinenpistole aus dem Panzer nur schlecht geschossen werden kann, gab man dem Panzer IV die Kugelblende 30 für den MG-Einbau. Die Kugelblende wurde für den ZW 38 entwickelt, der später Panzerkampfwagen III Ausführung E genannt wurde. So bekam die Frontplatte des Aufbaus die charakteristische Stufe. Am 10. März 1938 wurde in Berlin über die Verstärkung der Panzerung diskutiert. Die Front sollte von 14,5 auf 20 mm, der Unterboden von 8 auf 10 mm verstärkt werden. Die Masse stieg um 1256 kg auf fast 20 Tonnen, was konstruktive Änderungen nach sich zog. Auch der Turm und die Kanonenblende wurden umkonstruiert, da es bisher durch Kugeln oder Splitter manchmal zu Verklemmungen der Kanone kommen konnte. Die Blende wurde auf 35 mm verdickt. Auch die Sichtgeräte an den Turmseiten wurden geändert. Am 4. Juli 1938 wurde mit Krupp der Vertrag zur Fertigung der 4. Begleitwagenserie unterzeichnet. Es sollten 200 Panzer der Serie im Grusornwerk gebaut werden. Im Oktober wurden noch 48 Maschinen bestellt, die zwar baugleich, aber für die SS bestimmt waren und daher 5. Serie BW genannt wurden. Aber die SS bekam diese Maschine nicht. Diese 4. und 5. Serien bekamen die Bezeichnung Panzerkampfwagen 4 Ausführung D. Die Serienfertigung der Panzerkampfwagen 4 Ausführung D begann im Oktober 1939. Die Herstellgeschwindigkeit betrug anfänglich 45, später dann 20 bis 25 Maschinen im Monat. Insgesamt wurden 129 Stück der Ausführung D bis zum 1. Mai 1940 gefertigt. Doch bereits im März 1939 wurde entschieden, noch weitere Begleitwagen zu bestellen, und zwar der 6. Serie, die Panzerkampfwagen 4 Ausführung E genannt wurden. Die Bestellung für 223 solcher Maschinen wurde im Juli 1939 unterschrieben. Diese Version bekam ein neues Fahrersichtgerät, die Fahrerseeklappe 30. Sie hatte eine einfachere Konstruktion und bot besseren Schutz als die bisher verwendeten beweglichen Blöcke. Am Turm wurde statt der großen Lüftungsluke ein einfacher Ventilator verwendet. Die Form der Kommandantenkuppel wurde geändert. Nach dem Polenfeldzug im September 1939 wurde klar, dass die Ausführung D und E weiteren Änderungen unterliegen. Die Polen nutzten in großen Mengen die 37 mm Panzerabwehrkanonen gegen deutsche Panzer. Obwohl die polnische Munition nicht der besten Qualität war, durchschlugen sie die Panzer 4 sicher aus jedem Winkel. Die Verstärkung der Aufbauplatte in der Front bis auf 30 mm half nicht besonders. Also wurden im Herbst 1939 weitere Untersuchungen angestellt, wie der Schutz noch weiter verbessert werden könnte. Es wurde festgestellt, dass der Panzer weitere 1,5 Tonnen Panzerung verträgt und die Masse somit auf 21,4 Tonnen wächst. Das wurde in der Bestellung der noch nicht gebauten 68 Begleitwagen der 4. und der 5. Serie übernommen. Diese sollten eine bis auf 50 mm verstärkte Frontpanzerung erhalten. Doch die praktische Umsetzung hinkte und bis zum Beginn des Frankreichfeldzugs wurden die Panzerkampfwagen IV aus Führung W weiterhin mit den 30 mm dicken Panzerplatten gebaut. Diese Leichtsinnigkeit kam der Wehrmacht teuer zu stehen. Zwar konnten die kurzläufigen 37 mm Kanonen der französischen Panzer FCM 36 und Renault R 35 die 30 mm Frontpanzerung nicht durchschlagen, doch das waren nicht die Hauptgegner der Wehrmachtspanzer. Die Panzerabwehrkanonen der Franzosen waren nicht die schlechtesten und eine Panzerplatte von 30 mm assen sie zum Frühstück. Eine ganze Reihe der französischen Panzer hatten aber eine 47 mm Kanone, was sich als Fatal für die deutschen Panzer im Mai, Juni 1940 herausstellte. Die Verluste der Panzer IV in Frankreich waren höher als in Polen. Von 279 Maschinen wurden 97 verloren, mehr als ein Drittel. Ebenfalls zeigte sich, dass die kurzläufige 75 mm Kanone fast hilflos gegen die dickhäutigen Franzosen war. Krupp hatte im Mai schon die Zusatzpanzerungsplatten fertig entwickelt und erprobt. Der Wannenaufbau bekam eine Zusatzplatte mit 30 mm Dicke, was eine Gesamtdicke von 60 mm ausmachte. Die Seiten bekamen eine Zusatzplatte mit 20 mm. Später bekam auch die Wanne selbst eine Zusatzplatte an der Front. Doch diese Schutzmaßnahmen erreichten die Truppe erst am 25. Juni, als der Frankreich-Weltzug schon vorbei war. Die neu produzierten Panzer wurden zeitgleich mit einer 50 mm dicken Front an der Wanne, Turm und Kanonenblende gebaut. Die Bestellung für die letzten 68 Panzer IV der Ausführung D wurde wieder geändert und diese wurden mit dem Wannenaufbau der Ausführung E gebaut. Sie wurden im Oktober 1940 an die Truppe ausgeliefert und danach wurde die 6. Serie der BW, die Panzerkampfwagen IV Ausführung E, gebaut. Diese waren äußerlich von der letzten 68 Ausführung D nur anhand der Seriennummer zu unterscheiden. Noch mehr durcheinander bringt die Tatsache, dass nur ein Teil der Ausführung D und E die Zusatzschutzplatten an dem Wannenaufbau bekamen. Anfang 1941 versuchten manche Teile der Panzertruppe auf eigene Faust den Maschinen Zusatzschutz zu verpassen. Bevor der Befehl kam, dann diese Tätigkeiten einzustellen, konnte eine Modifikation, Vorpanzer genannt, produziert werden. Diese unterschieden sich durch massive Panzerplatten an der Turmfront der Ausführungen D, E und F. Eingesetzt wurden diese Maschinen durch die SS-Division Großdeutschland. 16 Stück der Ausführung D-Wannen wurden zum Bau der Brückenleger IV B verwendet. Sie wurden in die Panzerdivisionen verteilt und nahmen Teil am Frankreich-Weltzug Mai bis Juni 1940. Drei der Brückenlegepanzer wurden später in normale Panzer IV Ausführung D umgebaut, da Krupp die 16 Wannenaufbauten und Türme fertig hatte. Insgesamt wurden 247 Maschinen der Ausführung D an die Truppe geliefert. Die letzte, 248. Ausführung D wurde zu Versuchszwecken benutzt. Von der Panzerkampfwagen IV Ausführung E wurden statt den geplanten 223 nur 206 gebaut, davon 200 Kampfpanzer. Im Januar 1941 wurden bei Magirus IV davon zu Brückenleger IV C umgebaut. Eingesetzt wurden sie an der Ostfront im Sommer 1941. Die letzten zwei Panzer IV der sechsten E-Serie der Begleitwagen wurden zu Versuchszwecken des neuen Fahrwerks mit großen Fahrrollen eingesetzt, die im Schachtelformat angeordnet wurden. Die Kettenbreite stieg damit auf 422 mm. Danach ging eine Maschine in ein Schulungszentrum und die andere wurde umgebaut zum Munitionsschlepper für den schweren 600 mm Mörser Karel Gerät 040. Von der Ausführung D wurden 48 Stück in Tauchpanzer IV umgebaut. Sie waren bestimmt zur Überquerung der Flüsse über den Grund. Es wurden Befestigungen für Abdichtmanschetten vorgesehen und Klappen an den Luftansaugöffnungen. Für die Luftzufuhr gab es einen Schlauch mit einem Schwimmkörper. Im April 1941 begann die Fertigung der siebten Serie der Begleitwagen, Panzerkampfwagen IV Ausführung F. Die gesammelte Erfahrung der letzten Feldzüge floss in die Konstruktion ein. Aber von den 441 BW, die im Sommer 1941 an der Grenze zu UdSSR konzentriert wurden, waren die meisten Ausführung D und E. Am 14. Februar kamen die ersten deutschen Panzer in Tripoli an und das Afrika-Korps wurde gebildet. Insgesamt 20 Panzer IV im Februar, von denen drei unterwegs verloren gingen. Im April kamen weitere 20 Stück. Das Lüftungssystem dieser Panzer wurde entsprechend überarbeitet. Die Panzer bekamen einen Kasten am Turmheck. Dieser wurde für das Afrika-Korps entwickelt und daher Rommelkiste genannt. Doch den Kasten haben nicht alle Panzer bekommen. Manche hatten nur eine seitlich auf der Wanne angebrachte Kiste. Manche Teile der Panzertruppe entwarfen eigene Rommelkisten. Der einzig für den Panzerkampfwagen IV gefährliche britische Panzer in Afrika war der Mathilda. Aber auch nur wegen seiner dicken Panzerung. Die zwei Pfünderkanone mit dem Kaliber von 40 mm konnte den deutschen Panzer IV mit der Zusatzpanzerung frontal nur aus nächster Nähe durchschlagen. Solche Fälle waren aber sehr selten. Ganz anders sah es an der Ostfront aus. Vom 22. bis Ende Juni wurden zwar nur 15 Begleitwagen verloren, jedoch kamen im Juli nochmal 109 dazu. Im August wurden noch 68 BW als Totalschaden gemeldet. Insgesamt wurden an der Ostfront im Jahre 1941 348 Panzerkampfwagen IV verloren, also drei Viertel von der Gesamtmenge. Obwohl die Hauptgegner für sie die hoffnungslos veralterten T-26 und die BT-Panzer waren. Schuld an den hohen Verlusten war dem Waffenamt zuzuschreiben, da es die Frage des notwendigen Zusatzschutzes mit hohem Leichtsinn behandelte. Die Zusatzpanzerung der Panzerkampfwagen IV entsprach der Erfahrung aus dem Polenfeldzug 1939. Komplett ignoriert wurde die Tatsache, dass bereits die französischen SA-35 47 mm Kanone mit einer Kaliberlänge von 32 die auf 50 mm verstärkte Panzerung bereits aus 400 m durchschlagen konnten. Noch düsterer sei die Sache mit der französischen Panzerabwehrkanone, Kanone D-47 Mle 1937 mit einem 50 Kaliberlangem Lauf. Diese konnte auf 1000 m 57 mm Panzerung durchschlagen. Es war anzunehmen, dass nicht nur die Polen und die Franzosen starke Panzerabwehrartillerie besitzen. Diese Fehler mussten im Endeffekt teuer mit der Technik und dem Leben der Panzerbesatzungen bezahlt werden. Solange die Panzertruppe nur auf T-26 und die BT traf, war es noch erträglich. Doch immer häufiger trafen deutsche Panzer auf KW und T-34 Panzer, die mit 76 mm Kanonen ausgerüstet waren. Außerdem war ein Teil der deutschen Maschinen nur teilweise mit dem Zusatzschutzplatten bestückt. Was die Überlebenschanzen sogar beim Treffen auf 45 mm Panzer und Panzerabwehrkanonen deutlich reduzierte. Die 152 mm Granate eines KW-2 verwandelte einen Panzer IV in einen Haufen unförmigen Metalls. Explosion des Munitionsvorrates war eine häufige Erscheinung beim Begleitwagen. Im Gegenzug waren die Panzerkampfwagen IV gegen die KW und T-34 Panzerfrontal fast hilflos, da der Durchschlag der kurzläufigen 7,5 cm Stummelkanone zu gering war. Es musste auf Ketten geschossen werden, damit der dickhäutige Sowjet durch andere Kampfmittel abgeschossen werden kann. Oder sie wurden flankiert und in die hinteren Panzerplatten abgeschossen. Die im Dienst stehenden Hohlladungsgranaten 7,5 cm Granatpatrone 38 KWK wurden durch Hitler erst 1942 zum Einsatz freigegeben. Bereits im August 1941 kam der erste erbeutete Panzerkampfwagen IV in Moskau an. Es war die Ausführung E aus der 20. Panzerdivision. Die Maschine war stark beschädigt. Es waren Treffer an der Wannenfront und am Aufbau vorhanden. Das Fahrersichtgerät war beschädigt. Der Panzer wurde als mittlerer Panzer T-4, also Panzer IV, Tank IV, Baujahr 1939 bis 1940 bezeichnet. Seine Masse auf 24 Tonnen geschätzt und die Höchstgeschwindigkeit auf 50 kmh. Die Panzerung wurde als durchschlagbar von allen im Dienst stehenden Artillerie-Kalibern eingestuft. Die Sichtgeräte und die Kugelblende für das MG des Funkers durchschlagbar von großkalibrigen Schusswaffen. Ab Ende 1941 wurden recht viele Panzerkampfwagen IV erbeutet. Die erbeuteten, zerstörten Modelle wurden nicht wieder instand gesetzt, da das Interesse der Armee nicht hoch war. Der Panzer IV wurde als eine Ergänzung des Panzer III betrachtet. Dabei war ihre Masse und die Motorisierung ähnlich. Das erbeutete Stuk III aus Führung B wurde aus dem gleichen Grund nicht instand gesetzt. Im September 1942 wurde der Beutepanzer durch die Sowjets Beschusstests unterzogen. Das Großkaliber MG Dschekar mit dem Kaliber 12,7 mm durchschlug nicht die Turmseite aus 50 m, aber dafür die Seite und Heck der Wanne aus 100 m. Die 45 mm Kanone des leichten Panzers T-70 durchschlug die Frontpanzerung der Wanne mit der Dicke von 50 mm aus 50 m Distanz. Die gleiche Kanone konnte das erbeutete Stuk III frontal nicht durchschlagen. Die Seiten mit der Dicke von 20 mm plus Zusatzplatte 20 mm, also 40 gesamt, konnte auf eine Entfernung von 400 m durchschlagen werden. Die F-34 Kanone des T-34 Panzers gab dem Panzer IV den Rest. Frontal erfolgte ein Durchschlag aus 500 m, Eingangsöffnung 90 mm, Austrittsöffnung 100 mm im Durchmesser. Der nächste Schuss aus 800 m Entfernung spaltete die Frontplatte in zwei Teile. Beim Beschuss in die Seite aus einer Entfernung von 800 m ging das Geschoss durch die Seitenpanzerung, explodierte innen drin und trat auf der anderen Seite wieder aus. Beim Beschuss mit Sprengmunition von der Seite rieß die erste Granate die seitliche Turmlucke ab. Der zweite Schuss traf die Kommandantenkuppel, hat diese abgerissen. Ein Treffer an der Seite der Wanne im Motorbereich erzeugte einen Durchbruch 130 x 350 mm groß. Außer den Beschusstests wurde auch die Konstruktion einer genauen Untersuchung unterzogen. Im Juli 1942 wurden die wenigen noch im Dienst verbliebenen Panzerkampfwagen IV Ausführung D und E modernisiert. Statt der Stummelkanone bekamen sie die langläufige 7,5 cm KWK-40. Ab dem Mai 1943 wurden die Seitenschottungen am Turm und an der Wanne angebracht. Einer solcher Panzer steht heute im Großbritannien im Panzermuseum Bovington. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Sollte dieses Video die 300 Daumen hoch erreichen, wird es eine Fortsetzung zur Geschichte des Panzerkampfwagen IVs geben. Bis dahin alles Gute, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und Tschüss.